hier hallo leute wir haben heute ein problem und zwar oder was heißt ein problem mein wischer gestänge ist nicht mehr in der ersten stufe und auch in der das ist die zweite stufe die sollte etwas schneller gehen und das ist die dritte stufe ja das geht ein bisschen alles schwergängig und ich werde das jetzt general überholen und werde euch im zuge gleich zeigen wie man das wischer gestänge aus einem bmw 36 ausbaut so bevor wir die wischer arme jetzt demontieren müssen wir uns jetzt den punkt markieren wo die halt vorher gesessen haben dafür nämlich krepant machen wir da jetzt ein streifen so her ungefähr so wie es vorher war bzw das passiert auf der scheibe nichts das kreppern das kann man auch später wenn rückstände drauf sind wieder wegwischen und jetzt bisschen hier herkleben dass man ungefähr weiß wie später dann der ursprung von der ganzen geschichte war auf dieser seite das ganze natürlich auch so ungefähr die einstellung und jetzt können wir das ganze ausbauen ja zunächst müssen wir natürlich erst mal das laub raus tun das ist also dem gift für das fahrzeug wenn sich hier alles sammeln und gammelt dann ist es eklig dann rostet euch die karre weg und der herbst deshalb leider so dass ich das ganze laub einsammeln so zuerst machen wir mal die verkleidung hier weg die hier rein geklipsen und jetzt die legen wir mal zur seite den gummi noch weg dann nehmen wir den gummi noch weg den können wir dann hier zur seite drücken so jetzt die abdeckungen hier vom wischer gestänge abnehmen da sind die schrauben drunter da ist hier so eine einführung da kommen mit dem schraubenzieher rein dann kann man die kappe nach oben weg nehmen die lege ich jetzt mal da vorne rein dieser seite das gleiche spiel so dann haben wir die verkleidungen die gummi schon mal unten jetzt müssen wir erst mal die wischer arme abmachen 13er schlüsselweite links herum aufschrauben durch die ganzen schrauben nicht verloren gehen später wenn ihr das hier ab macht hier drin ist eine kleine beilagsscheibe die bitte auch nicht verlieren zum abmondieren hier ein bisschen dran nütteln dann löst sich das schon so die wischer arme lege ich jetzt einfach mal hier am boden die stören ja sonst nicht markiert euch oder wenn ihr hinterher nicht mehr wisst welcher wischer arme wohin gehört legt euch die separat hin also dies hier ist der fahrer von der fahrerseite und diese hier ist von der beifahrerseite genauso wie beim polnfilter wechsel muss jetzt hier dieses gehäuse außen weg eine 7er schlüsselweite diese schrauben irgendwo hinlegen wo er sie wieder findet die sind sehr klein und wenn sie einmal weg sind sind sie weg ich lege sie hier vorne in die abdeckung so jetzt auf der anderen seite die beiden schrauben also einmal hier unter dem dichtungsgummi und hier unten drunter da brauche ich jetzt erstmal eine verlängerung die schraube los ab dann rein fassen und die schraube raus holen mit der hand die wenn euch dann unter fliegt die ist weg die ist definitiv weg beim sechszylinder ist noch ein bisschen mehr platz komischerweise als beim vierzylinder außer diese komische dichtung hier die stört einen aber das kriegen wir auch schon irgendwie geregelt halt einfach aufpassen dass er nichts anderweitig was zerstört weil es halt dann blöd ist und ich sehe schon meine polnfilter sind auch schon wieder voll dreckig obwohl ich die erst vor vier monaten getauscht habe ich schrauben hier oben die beiden kreuz schlitz raus dass man den kabelbaum den kabelkanal für den kabelbaum von dem gehäuse hier weg haben so jetzt können wir das mal nach unten legen und das hier jetzt oben raus ziehen und weg tun diese verkleidung hier oben muss jetzt auch weg da wir hier drunter müssen weil hier nämlich die befestigungsschrauben sitzen für das wischergestein jetzt muss ich mal gucken hier ist nämlich ein clips hinten müssen wir schauen dass man den nicht kaputt machen jetzt legen wir das auch mal zur seite hier ist nämlich der clip aufpassen dass es euch nicht kaputt macht und ich sehe hier gerade ein schmutter den können auch später mal rausholen so die schrauben hier müssen wir öffnen das sind 27er schlüsselweite wenn ihr die aufmacht passt bitte auf dass ihr euch nicht die scheibe hier zu sauber dass er nicht abrutscht oder dergleichen am besten wenn es nicht aufgeht die schraube bisschen wie die 40 oder so was in der art drauf sprühen dass die dann sich löst so die schrauben legen wir daher oder das ist ein mutter im endeffekt und jetzt muss ich da drüben die auch noch aufmachen die ist ein bisschen fester so die löst sich auch wie gesagt aufpassen ganz wichtig aufpassen dass ihr euch die scheibe nicht zusammen wenn da ein mal hier weg gerutscht wird macht es knack ist drin und feierabend die beiden schrauben sind jetzt abgeschraubt und jetzt haben wir hier unten drin noch eine einzige 10er schlüsselweite wie gesagt eine einzige 10er schlüsselweite die sitzt hier die abschrauben und dann müssen wir das wische gestänge herausfummeln so wenn ihr das gestänge so abgeschraubt habt dann müsst ihr ja erst mal rein drücken und jetzt kommt eigentlich der heitrigste punkt das gestänge hier unten eigentlich raus zu holen das geht nur hier über diese kleine öffnung das ganze raus zu holen da müsste ein bisschen tricksen und drehen und schauen und dann geht es eigentlich da schon raus gegebenenfalls ein bisschen drehen und schauen dass er nichts zerstört an dem anderen bauteilen so da das jetzt ein bisschen eine fungelarbeit wird und nichts für schwache nerven ist ja gegebenenfalls wenn ihr das dann so ein bisschen raus gezogen habt erstmal vom wischer motor den kabelstrang oder das kabel abstecken diese halterung hier oben noch befestigt ist müsst ihr leider auch jetzt noch demontieren weil sonst geht es nicht raus ich habe es jetzt versucht dran zu lassen es geht einfach nicht raus jetzt den kammkanal stück zurück und der zwischendurch gestänge hier irgendwie vorbei weiter schieben wird es wahrscheinlich jetzt gerade nicht so gehen versuchts so jetzt haben wir schon stückhausen so jetzt nur den kabel das desk kabel abstecken und jetzt juhu heraus endlich so und so geht es raus scheiß arbeit aber muss sein so leute ja der einbau ist jetzt wieder vollbracht also ich habe jetzt noch nicht alles wieder festgemacht das wischer gestänge habe ich jetzt schon mal wieder drin ich habe hier die abdeckung wieder drauf ja warum ich den schritt jetzt übersprungen habe ist ganz einfach weil es ja so ausgebaut wird oder es wird ja so eingebaut wie muss ausgebaut haben und ja jetzt mal die restlichen verkleidungen wieder drauf die gehen genauso drauf wie ich sie natürlich abgeschraubt habe die wischer arme wieder so in die position bringen wie die klebestreifen drauf sind und dann sollte das eigentlich kein problem mehr darstellen ich werde das alles schnell zusammen bauen und dann schauen wir mal noch mal ein vergleichstest ob der wischer wieder so wischt wie ich es mir vorstelle bis gleich so es geht wieder volle stufe wischte wieder wie sonst was das ist die zweite stufe da wischte halten die intervalle auch so läuft wieder gut erste stufe also ist jetzt nicht mehr so lahmarschig muss ich sagen und ja rückbau geht wie gesagt habe ich schon erwähnt wie man es ausgebaut haben und die generalwiederholung oder generalüberholung von so einem wischergestänge packe ich euch jetzt einfach mal unten in die beschreibung rein und hier oben in der infokarte werde ich euch das video auch nochmal für die leute verlinken die das ganze jetzt über smartphone oder tablet schauen ja das war jetzt mal das kurze video darüber wischergestänge 36 generalüberholung ausbau und ja ich wünsche euch wieder was servus leute so